Danke, danke, danke! Danke euch! Seid ihr zum ersten Mal gegangen? Zweites Mal. Zweites Mal? So, da bin ich sogar schon ganz so schlechter drüber. 2.15. Ach ja, seid doch still. Ihr seid aus NRW, ne? Ja. Ne, ein bisschen nah dran. Haben. Haben, ja gut. Wie kommt denn das hier aus NRW? Nach Hessen. Aber wir sind dieses Jahr ganz, ganz lieb in Hessen. Und haben so ein bisschen so ein kleines Highlight, glaube ich, hier auf dem Auge und Flair. Wir sind schwer in das Festival verliebt. Seit spätestens 2014, als wir hier waren. Und wir spielen, glaube ich, nicht mehr fast jedes Festival, was es hier jetzt gibt. Und, ja, sind gerne jemand. Ich glaube, das spielt, glaube ich, eigentlich keine Rolle. Also, ähm, ich finde, es gibt so viele Länder, wo es viel Spaß macht, aber schon oft da waren einfach. Also, sowas wie Hessen zum Beispiel. Haben wir schon einige Male, aber es hat sehr viel Laune. Dann gibt's andere, wo man uns auch nicht so genau kennt. Und es macht nicht minder Spaß, aber es hat irgendwie doch noch ein bisschen anders einfach. Ja, also, das ist, glaube ich, immer beides so ein bisschen. Ja, es ist immer schön da zu spielen, wo, wo wir schon bekannt sind, weil die Leute witzig sind. Aber es ist auch immer schön, hier zu spielen, wo man erstmal Leute so unterzeugen muss. Ja, genau. Und dann eben auch so dieser Effekt, und so, dass der Punkt relativ überspringt. Das ist auch immer so ein toller Moment. Also, ich spiele auch gerne irgendwie vor. So, Mensch, wenn's dann hinter dir ist, wenn's da was ist, kann's so toll sein. Boah. Wenn du gerade sagst, für Leute, die euch nicht kennen, wenn, also, unsere Zuschauer vielleicht, wenn die euch jetzt nicht kennen, wie würdet ihr eure Musikstil so ein paar Wochen nicht anschreiben? Boah, das ist voll missen. Also, ich finde das immer ganz schwer einzuordnen. Wir haben so Karnevalsnummern, wie heute das Geburtstag zum Beispiel, das kennt wahrscheinlich ganz viele. Das bekommt jeder auf die Reihe von gepostet oder auf Facebook gepostet. Aber es gibt da immer auch ganz viele Lieder, die, ich glaube, auch schwierige oder ernsthafte Themen ansprechen. Aber ich glaube, vor allem ist alles immer mit sehr viel Humor verpackt einfach. Es ist sehr, ja, sehr humorvoll, immer mit einem Augenzwinkern gesehen. Also, wenn's auch mal, zum Beispiel bei Befunden auf Schütze und Feinde geht, so vordergründig, ist dann aber hinten rum meist eben doch sehr versöhnlich. Und wenn man so, also, es ist schon rockig. Also, es ist, das ist wahrscheinlich irgendwo zwischen Indie und Rock und Punk, irgendwo dazwischen Rotas. Ich hab euch damals mal auf dem Horstfestival gesehen. Ich glaube, es war 2013. Ja, genau. Das ist in der Stadtbahn. Ja. Was ist Horstrad mit Grüns geworden? Das gibt's ja mittlerweile nicht mehr. Ich glaube, seitdem wir da sind. Ja. Ich hoffe, das hat die Sinn des Todes. Ich denke nicht. Ja, aber du bist ein bisschen großartig hier. Große Rüstung. Da kann ich mich so noch gar nicht erinnern. Ah, das große, der HGM. Nee, schnell. Ich kann auf jeden Fall sagen, mich hat die Show damals, sie hat so einen Kindergarten, wo ich mir da ganz schön erinnern. Also, so ein bisschen dieses ganze bunte, was ist denn bewusst so gewählt, dass das einfach so ein bisschen gute Laune reinbringen soll, oder? Ja, eigentlich gar nicht. Ja, das war nicht so wirklich bewusst, weil ich glaube, wir einfach jetzt damals ein Band gegründet haben, die jetzt nicht unbedingt Musik machen konnte, sondern einfach mal so vier Kollegen rockern, hier was zu machen. Und bevor wir irgendwie Kiebeln gehen, machen irgendwie Musik. Und dann ist man ja auch auf einer Ebene, wo man dann auch bescheuert ist. Und dann fallen einem solche Sachen an, wie Geburtstag oder eben so eine Torusmusik. Und dann entwickelt sich das halt so. Also, wir haben natürlich schon den Anspruch, auch gute Musik zu machen. Und ich glaube, auch der Schwerpunkt bezahlt schon auch auf der Musik für uns. Ja, weil es geht einfach immer mit uns die Pferde durch, dass da eben doch schon bescheuerte Sachen dabei sind, dass es dann wirklich doch gut tagiert hat als eigentlich im Markt. Aber im Endeffekt ist es auch ganz schön, dass es dann einfach so anarchistisch integriert. Ja, also, für uns steht auf jeden Fall immerhin kein Spaß und Beforderung. Ja. 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 Wie war's? Cool war's. Wir hatten das nächste Viertel mit dem Wetter leider. Also, es war zwar trocken, aber es hat den Tag zuvor, glaube ich, durchgelegnet. Und es war, ja, also ziemlich matschig und so. Aber die Location ist auch echt mega schön. Da sind das auch zum ersten Mal, glaube ich, alle gesehen. Wir sind in diesem Tal und es hat auch was ziemlich besonderes einfach so. Also, es ist echt schön fest zu laufen. Ja. Ja. Also, wie gesagt, wir sind jetzt Open Flair total verliebt. So, das ist, ich glaube, man kann das schwer vergleichen. So, also es gibt ganz viele tolle Festivals. Und da Open Flair ist für uns irgendwas Besonderes. Und der hat eben auch viele Leute mittlerweile hier kennen. Die Sonja, die mit uns unterwegs ist auf dem Merchandise verkauft. Die arbeitet halt hier auch mit. Und somit ist das also so ziemlich eng einfach. Also, man kann irgendwie nicht sagen, das ist schöner und das ist irgendwie nicht schöner. Es gibt ganz viele Festivals, aber das ist so Liebe. Wenn ihr da Lust drauf habt, dürft ihr euch gerne 1, 2, 3, 4 Ausgaben aussuchen. Okay, machen wir spontan, ja? Ja, machen wir spontan. Ganz spontan. So. So. Pack diese Seite voll nur mit Sachen, die du in der Natur gefunden hast. Ah! Das ist aber schwer hier wahrscheinlich. Ja. Warte, warum ist das so? Ja, das ist schwierig. Das ist schwierig. In der Natur. Entschuldige, das gehört nicht so richtig zur Natur, aber es muss da ja rein, weil es lag ja auf Boden. Es ist befunden. Wird sie noch so? Ja, da drin. Nee, ne? Das ist ja auch nicht. Ich glaub ich kundig. Wir hören eine Seite. Ja. Wir dürfen hin. Eine Seite machen wir doch. Machen wir noch eine Seite. Und zwar sagt jetzt leider Stopp. Stopp! Nur kommentiere die verstreichen Zeit hier und anderswo. Ich sehe. Das war jetzt ungefähr 5 Minuten, muss ich sagen. Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Das ist ein Tenis. Dann mache ich ja jetzt die Käsekunde. Ja, das ist ein Tenis. Ja, das ist ein Tenis. Kein Tenis. Das ist halt nur. Was ist denn? Bist du denn nach dir euch heute besonders freut? Ich bin sehr gespannt auf Fantastischen Vier. JBO! Muss man unbedingt gesehen haben. JBO. Absolut. Mehr als Fantastische Vier. Ja, auf jeden Fall. Mehr als Fantastische Vierer. Ja. Mehr als Fantastische Vierer. Ich bin sehr bekannt.